Ciao Leute, heute sitze ich in dem Model 3 Highland von Erik, einem Nachbar von mir, der mir sein Auto heute zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank Erik dafür. Du bekommst auch was dafür und zwar, ich habe dein Auto gerade schön gewaschen, damit auch die Außenaufnahmen schön werden für alle, die heute dabei sind. Ich habe drei super schöne Produkte von Jowa, einem Lieblingshersteller von mir, was ich auch schon in meinem Model Y euch ein paar Mal gezeigt habe. Heute geht es aber um Highland. Highland ist das Model 3, was ihr heute bekommt, wenn ihr heute ein Model 3 bestellt. Und ich zeige euch ein paar Eigenheiten von diesem Modell und was ich heute mitgebracht habe. Let's go! Nutze auch gerne die Kapitelnavigation, insofern du zu anderen Produkten in diesem Video springen möchtest. So, als erstes kümmern wir uns um Erik sein Screen. Ich ziehe das ab und jetzt schaut ihr mal zu, sage ich mal jetzt, schön sieht jetzt das neue Display aus. Aber ihr seht auch schon, es spiegelt sehr. Das ist das eine Nachteil. Und das andere Nachteil ist, wenn ich jetzt anfange, da drauf zu touchen, dann werden wir sehen, es gibt dann sehr viele Fingerabdrucke und dagegen wollen wir vorgehen. Model 3 Highland hat zwei Screens, einen vorne, den großen und einen hinten. Und es gibt ein neues Kit von Jowa, wo die beiden Screens mit einer Schutzfolie versehen werden können. Und wir machen erst mal die große Folie drauf und dann kümmern wir uns um die hintere Reihe. So, in dem Package von Jowa gibt es ein Positionierungsrahmen für vorne, ein Cleaning Kit und dann auch noch für das hintere kleine Display dieser Schutzfolie. So, als erstes natürlich nehmen wir ein Cleaning Set und gehen, obwohl ich jetzt gerade die Schutzfolie, die originale Schutzfolie abgezogen habe, gehen wir da nochmal kurz drauf. Hier in dem Cleaning Set gibt es ein paar Nasstücher, ein Mikrofasertuch und dann diesen Squishy, ich weiß nicht, wie die genau heißen, und sogar zwei Dust Absorber. Also, falls ihr mal irgendwo am Rande Partikelchen dann seht beim Auftragen der Folie, dann könnt ihr mit diesen Aufklebern sozusagen diese Partikelchen versuchen, dort rauszufischen. So, aber beim vorderen Display gehe ich erst mal in den Displayreinigungsmodus, denn hier ist das Display nahezu komplett schwarz und da sehe ich auch jede Verunreinigung. Ich mache mir so ein Swipe mal auf, also ein Feuchttüchlein und ich glaube, das ist sogar mit Alkohol und versuche komplett das Display von allen Partikeln zu befreien. Gehe dann in den Anschluss direkt mit dem Mikrofasertuch rein, dass da hier keine Reste entstehen. Seht zu, dass ihr das macht natürlich, während ihr eine schöne Beleuchtung habt und wirklich jedes Partikelchen sehen könnt, nur dann werdet ihr gute Ergebnisse erzielen. So, für den Augenblick sieht es gut aus. Jetzt muss man sich ein bisschen beeilen. Zwar nehme ich den Positionierungsrahmen und entferne hier diesen weißen Film. Auf dem Positionierungsrahmen sieht man auch, wo oben und wo unten ist. Da steht top auf der oberen Seite. Und jetzt muss ich gucken, dass ich den ausrichte korrekt. Denn so werdet ihr wirklich kinderleicht anzubringen. So werdet ihr wirklich exakte Position haben von der Folie. So, einmal draufdrücken. Jetzt nehme ich... Man sieht auch schon, ich guck mal, ob man das einfangen kann. Man sieht auch schon, wie aus der Mitte heraus sich die Folie hier ansaugt an das Display. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das neue auf dem Video sehen kann. Hier ist voll auf die Grenze. So, aber erst, wenn wir den Rahmen komplett entfernt haben, gibt es da noch eine obere Folie, die man dann ganz zum Schluss erst entfernt. Und dann kümmern wir uns gegebenenfalls um die Partikelchen, die sich irgendwie noch dort verfangen haben können. Nehmt euch Zeit dafür, dass... Je mehr ihr Zeit dafür nehmt, desto besser wird es am Ende des Tages und desto mehr Freude habt ihr dann an dieser Folie. So, jetzt drücke ich mal hier in der Mitte und versuche den Rahmen zu entfernen währenddessen. Das ist schon ein bisschen angeklebt. Naja, hier gibt es an den Seiten natürlich diese Öhrchen, die man dann auch entfernen muss, auch hier oben und unten. so, jetzt wollen wir den Rahmen hier loswerden. Okay, unten gibt es die auch. So, der Rahmen ist weg, die Folie ist dran und ich gucke mal, ob ich das jetzt von der Perspektive so einfange. Genau, da gibt es natürlich Luftbläschen. Und diese können wir jetzt so ausdrücken und wenn alles Paletti war, dann gibt es auch gar keine Reste. Ab und zu ist so eine kleine Blase. Ist schwer anzufangen jetzt mit dem Autofokus. Ab und zu gibt es so eine kleine Blase, ich glaube, wie diese hier. Müssen wir gleich gucken. Die deutet dann darauf hin, dass dort ein ja, ein Staubkörnchen liegt. Dann muss man eben an der die Folie ein wenig doch lösen, damit da wieder Luft reinkommt und dann eben mit diesem Dust Absorber vorsichtig versuchen mit einem ja, mit einer Ecke dieses Staubkörnchen dort zu entfernen. So, hier an den Rändern sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich mache mal erstmal das Grobe und erst wenn ich jetzt dann weiß, wie viel hier noch zu tun ist, dann kann ich mich um die Kleinigkeiten kümmern. So, nein, das war nur ein Luftbläschen. Nicht so schlimm. Sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Okay. 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 Hier in der Mitte ist noch etwas. Ich bin aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich nicht nur einfach luftästig versuchen kann, nach außen zu drücken. Gut, probieren wir jetzt mal, also ich habe jetzt hier unten ein, ich sag mal jetzt Luftbläschen, was ein bisschen schwieriger ist, rauszubekommen. dazu löse ich hier von der Seite das ein bisschen und nicht zu weit, versuchen nicht zu weit aufzureißen. Dann funktioniert das auch. Das Luftbläschen hier unten rechts ist auch weg. Ich mache das zwar nicht zum ersten Mal, trotzdem will ich jetzt nicht behaupten, ich bin ein Profi darin. Mein Wissens sahen bisher noch ganz gut aus. Jeder muss es vielleicht auch einmal selber probieren, um da die entsprechende Erfahrung zu sammeln. Ich sehe jetzt hier keine großen Bläschen mehr, die mir eventuell später hier im Wege sind. Deswegen kommen wir jetzt zu dem letzten, zu dem letzten Schritt. Und zwar zu den letzten beiden Schritten. Wir entfernen jetzt die obere Folie und dann kümmern wir uns um die Bläschen, während wirklich die Ausgangs- also die eigentliche Schutzfolie nur noch dran ist. Dazu versuche ich mal jetzt die obere Schutzfolie von der Folie abzulösen. Und hier seht ihr schon, wie matt die Folie eigentlich ist. Die jetzt zum Schluss dann übrig bleibt. Hier sieht man dann auch noch die entsprechenden möglichen Luftbläschen, die noch dran sind. Da kann man sie umziehen und kümmert. Gut, die Folie ist dran zum Beenden halten. Wir gucken uns jetzt mal im Vergleich, was die Spiegelung anbetrifft. Wie ihr seht, das matte Display jetzt spiegelt deutlich weniger. Und was wirklich der größte Vorteil ist, die Fingerabdrücke. Die bleiben so gut wie gar nicht auf diese Folie. Ja. So. Das nächste ist das Display hinten. Das kleine. Das gucken wir uns mal zusammen an. Die Vorgehensweise hinten ist exakt dieselbe. Wir nehmen erst mal ein feuchtes Tuch, was mitgeliefert wird. Machen das Display entsprechend sauber. Wischen es dann ab mit dem Mikrofasertuch. Beziehungsweise trocknen es. Schauen, dass hier keine Reste oder Partikelchen auf dem Display sind. Und wenn das Display soweit ist. Hier haben wir keinen Positionierungsrahmen, ist aber auch kein Problem, weil das Display ist klein genug, um auch kleinere Korrekturen vorzunehmen. Jetzt nehme ich die Folie. Hier sieht man auch, das ist oben. Das ist die Rückseite. Dann schaue ich mal, dass ich jetzt von oben beginne mit der Auftragung von der Folie. Ich richte das mal aus an der oberen Kante. Und dann drücke ich langsam und nähe auch. Das ist nicht gut. Vielleicht muss man einen halben Millimeter oben belasten, damit es auch mittig positioniert ist. oder vielleicht ein Millimeter. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Und jetzt saugt sich die Folie wie von Geisterhand ans Display an. hier gibt es keine weitere Folie, um abzuziehen. Das ist schon quasi das Einzige, was ihr abziehen müsst, ist diese Folie auf der Rückseite. Und schon sind wir fertig. Der Displayspürer ist aktiviert, aber das Display ist jetzt auf jeden Fall auch matt und sehr gut und schön geschützt. So sieht das Display von oben aus. Nice. Alright, nachdem wir uns jetzt um die Screens gekümmert haben, kümmern wir uns um die Mittelkonsole. Und zwar die neue Konsole sieht so aus, als dass sie aus zwei Teilen besteht, beziehungsweise aus drei Teilen. Das dritte Teil zeige ich euch gleich. Erstmal geht es hier um vorne. Und zwar haben wir natürlich den Getränkehalter, der jetzt so versteckt werden kann. und dann haben wir ja traditionsmäßig ein riesen Fach hier mit einem 12 Volt Anschluss ganz hinten links und da kann man natürlich sehr viel verstauen, aber das ist sieht so ein bisschen aus wie ja wie die Tasche einer Dame, würde ich sagen, wenn man jetzt alles einfach da reinschmeißt. Und dafür kommt ganz gelegen so ein Organizer von Jowa. der besteht aus vier Teilen. Ich habe es jetzt schon mal ausgepackt und zwar der eine Teil ist natürlich ein Schutz aus Silikon für Getränkehalter, also sprich, falls ihr das legt man hier einfach mal rein, falls ihr etwas ausschütten solltet hier, dann könnt ihr das auswaschen und ist alles sieht auch top aus, soll auch etwas besseren Halt versprechen hier und viel interessanter sind natürlich die Fächer beziehungsweise die Unterlage für unten. für die hintere Reihe haben wir natürlich die auch, die positioniere ich auch gleich mal. So, jetzt sind die schon nach hinten gesprungen und ich mache mal hier die mittlere Konsole bereit und stecke jetzt unser Getränkeschutz schoner da rein ist eigentlich wie angegossen und ebenso leicht kann man den wieder rausziehen sollte da sich etwas verschütten finde ich cool kann auch drin bleiben zack fertig so hier sehen wir nochmal den Organisum den es heute geht die haben wir schon verbaut und jetzt kommt das untere Teil aus einem Silikon und ich habe schon das Hauptfach hier reingetan das hier ist einfach dazu da um ja ebenfalls vom verschütten oder von am besten macht man das hier unten sauber und dann hat man seine Ruhe für den Fall dass irgendetwas mal ausläuft oder ja sonst verdreckt wird im Fach selber hat man natürlich jetzt super Platz für alles ich habe hier meistens meine ein Garagentor öffner hier hingelegt wenn ich den mal brauche dann ziehe ich dann halt so raus drückt direkt hier und dann ist einfach aus dem Sichtfeld hier kann man schön seine Karten platzieren so in der in der Art und hier kommt das Kleingeld was durch diese Noppen auch sehr schön gegriffen werden kann und ich denke mal hier könnten vielleicht eventuell die Brille noch Platz finden sieht doch gut aus diese Aussparungen bei dem Fach ganz unten sind dazu da falls ihr wirklich im 12 Volt Outlet dort irgendwas reinsteckt und dann die Kabel unten drunter organisieren wollt so dass sie halt raus schauen jetzt gucken wir mal uns das direkt auf der Seite an wie sie das selber vorschlagen genau also da ist das Outlet das kann man auch bestellen ist super 100 Watt Netzteil und dann kann man das so organisieren dass das dort reingeht und hier raus falls man wirklich hier oben eine Art Kabel benötigt schaut euch am besten selber auf der Webseite an die Webseite finde ich wirklich sehr gelungen man kann auch auf deutsch umstellen und mit dem Link unterhalb dieses Videos beziehungsweise mit meinem Code Rearust die bekommt ihr auch bei Jova entsprechend Rabatt auf die gesamte Produktpalette also schaut euch dort unbedingt mal um so und von der Zentralkonsole hier unterhalb des Armes also Armlehne die man hier hat hier hat man entsprechend nochmal doppelt so viel Platz was aber ja unorganisiert hier rein einfach platziert werden kann und hierfür hat Jova ebenfalls ein Organizer den packen wir jetzt mal kurz aus so sieht das gute Stück aus bestehend aus einem Hartplastik halb durchsichtigen und aus Silikon dieser Einlage hier wo man auch ebenfalls seine Kabel hier schön durchschlendern kann und ja ebenfalls eine Ablage so dann schmeißen wir das Ding mal rein jetzt hat man quasi einen doppelten Boden wenn man jetzt irgendwas unten braucht kann man es immer noch raus nehmen relativ leicht hier rangreifen und ansonsten alles was man jetzt tagtäglich möglicherweise braucht ist dann hier oben wie viel Platz ist noch da drunter ich würde sagen so vielleicht um die fünf Zentimeter aber so sieht es aus natürlich verschlossen und das war es auch schon wieder vielen Dank nochmal an Erik für die Bereitstellung von seinem Model 3 ich hoffe du hast Spaß mit den Sachen falls ihr Fragen dazu habt gerne als Kommentare unterhalb dieses Videos und ansonsten bleibt gesund fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao